Du unsichtbarer Geist, nur her damit. Hm? Wo bin ich, Alter? Oh yeah, 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 yeah. Wir sliten hier schön runter, links und rechts. Oh, ich kann es nicht mehr aufbremsen. Oh, 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 oh. Bed of Chaos. Was ist das denn für ein Wichser? Alles klar. Wie soll ich ihn hitten? Nein. Nein. Was mache ich jetzt gegen den? Was ist das für eine Scheiße? Ach, was für eine Kacke ist das? Was ist das für eine Kacke? So spannend. Moment mal, da leuchtet was. Nein. Das sind seine scheiß Fingernägel gewesen. Ernsthaft. Ernsthaft. Okay. Schön, dass ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen kann zu dem Penner. Zwei Hits und ich bin weg. Zwei Hits und ich bin weg. Und ich bin direkt down. Ich gehe direkt hops. Ich habe so Bock auf einen Döner jetzt. Soll ich meinen gönnen? Nein. Dann muss ich aufhören zu streamen und rausgehen. Das geht nicht. Ich habe vorhin duschen. Mir ist sonst kalt. Okay. Gab aber kein Problem. Der Döner schmeckt umso besser, wenn er down ist. Wenn irgendwelche kleinen Racker kommen und meinen, sie müssen mich erschrecken. Die kriegen einen Roundhouse Kick, nachdem ich meinen Döner gegessen habe. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Der hier wird ja auch mal ein bisschen was vertragen. Er hat ja gar nichts mehr in den Knochen. Also gut. Ich versuche jetzt einfach mal, um ihn herum zu laufen. Try sliding down. Ja. Bleibt mir eine andere Wahl übrig. Oh, komm. Und schön geradeaus. Das Gesicht kann man nicht mehr sehen. Bed of Chaos. Was für ein Name, ey. Moment. Was sind das für rote Dinge da? Oder orange? Verschwinde. Wie komme ich da hin? Verpiss dich, Alter. Wie kannst du mich da hinten, Mann? Oh. Oh. Er brennt jetzt. Er brennt. Ja, man. Brenne. 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 Das verraten jetzt. Eine Sichel. Okay. Ich nehme jetzt nicht, dass ich nochmal auf die andere Seite gehen muss. What the fuck? Willst du mich verarschen? Ich bin gerollt und da, wo ich hier eine Rolle, geht's auch auf... Und ich fahle direkt da durch. Das ist so bescheuert. Was für eine Kacke. Richtig bescheuert sowas. Okay, komm, wir machen weiter. Wir gehen weiter. Ja. Das habe ich jetzt nicht erwartet gehabt, dass ich, wenn ich mich da durchrolle, sowas passiert. Aber zumindest weiß ich, das hat mich ungefähr erwartet. Hat nichts passiert. Finde ich toll. So. Alle guten Dinge sind drei. Oh. Oh. Okay. Was? Was? Ernsthaft? Der hat nichts gemacht, der Penner. Ey, das gibt's doch nicht. Alter, das ist doch... Was ist das für eine Scheiße, Mann? Ich piss mich gleich für einen von... Das ist der größte Bullshit überhaupt. Was ist das für ein abgefuckter Gegner, Mann? Das ist so ein Scheiß, wirklich. Ey, das war überhaupt nicht erwartet. Ich dachte, ich kann einfach durchrennen. Was für ein Witz. Alter Falter. Dämlichster Boss überhaupt im gesamten Spiel bisher. Jeder andere hat eine scheiß Taktik gehabt und einen Rhythmus. Das hat ja überhaupt gar keinen Rhythmus. Oh, jetzt hätte der mich auch noch. Egal. Ich muss mich nicht teilen, da ich so oder so sterbe. Was für eine Fuck. Ja, ja. Ey. Nein! Ey, was soll ich mal an? Soll ich warten? Durchlaufen? Und einen anderen Weg nehmen? Ich glaube, ich renne einfach gerade aus. Jetzt nehme ich den Weg. Alter, hör doch auf. Hör doch auf, Mann! Gichten! Was für eine Scheißkacke ist das? Ey, es ist doch lächerlich. Nein, du darfst nicht außen rum. Wenn du außen rumläufst, dann stürzt der Boden unter dir ein. Nein, wenn du zu nahe reingehst, dann fuchtelt der mit seinen ekelhaften Tantakel hinten mit dir herum und du bist tot. Zumindest ist der Weg nicht so schlimm wie bei Gwyndolin, als ich den bekämpfen musste gestern. Ey, da war ich kurz vorm Ausrasten. Kein Bock mehr darauf gehabt. Ich wollte echt schon abbrechen. Renn, renn, renn. Alter, was für ein Ball? Abgefuckter Bossgegner, ey. Die anderen beiden habe ich mit einem mitgeplättet. Also nicht mit einem mit, aber mit einem im First Try. Und dann kommt so einer, bei dem du vorne und hinten nicht weißt, was er macht. Ja, kein Bock auf dich. Was für ein Scheiß, ey. Nur abgefuckte Gegner in dem Game. Eine behinderte als der andere. Komm, schneller. So, was machen wir? Ich habe eine Idee. Ich mache gar nichts. Retrieval, yay. Und der hat mich trotzdem gehittet. Okay, was machen wir? Wir rennen. Nein! Der hat nur noch die andere Hand. Nein! Beschissen, der Boss, ey. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe so einen Scheiß nicht gesehen, ey. Kommst du mal nicht in die Nähe von dem blöden Scheiß-Sack. Wenn ich nur zu dieser Scheiß-Sphäre gelangen kann, dann sieht die Sache wieder ganz anders aus. Dann habe ich zumindest vielleicht nochmal eine Chance. Aber so? What the fuck? Weg, auch für dich habe ich keine Zeit. Ah, Mann. Alles klar. Also. Trick 17. 16. Das geht sogar. Das sieht voll gut aus. Ich kann mich einigermaßen rollen. Scheiß drauf. Ich habe keinen Bock hier. Komm man. Jetzt tue ich. Wehe ich kack schon wieder ab. Oder ich kriege zu viel Shana. Okay. Also. Wir machen folgendes. Wir gehen vor. Nein. Falsche Baustelle. Andere Richtung. Andere Richtung. Nein. 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 Ich hatte es gepackt. Ich bin in die falsche Richtung. Ich bin falsch abgebogen. Das ist unglaublich. Und ich habe mich schon gefreut. Und ich habe mich schon gefreut. Jawohl. Jetzt endlich. Aber nein. Scheiß Boss. Ich lag ja schon mit dem Rücken auf dem Boden. Ich lag ja schon mit dem Rücken auf dem Boden. Und dann falle ich auch noch so direkt runter. Ich weiß nicht ob ich weinen soll oder ob ich lachen soll. Was das angeht. Das ist schon ein bisschen deprimierend. Rennen. Ritter. Knecht Zellot. Jetzt komme ich an den Rack nicht wieder weiter. Komm. Komm. Du bleibst da wo du bist. Ich will niemanden. Es geht eigentlich die Rolle. Nicht mehr so langsam wie es vorher war. Also. Nochmal durch. Darf mich nicht einmal hitten lassen. Echt einmal. Also ich renne geradeaus. Dann gehe ich links und bleibe links und rolle mich durch. Das ist die Taktik. Die hat so einigermaßen gut funktioniert. Nur mit einem Nachteil. Ich bin in die falsche Richtung. Das Ding ist außerhalb. Komm her. Komm her. Nein. Ich habe doch. Rennen. Nein. Nein. Steh auf. Mach keinen Scheiß jetzt. Trink einfach. Trink. Nein. Steh auf. Oh. Mach keinen Scheiß, Mann. Nass. Vieh. Mann ist der behindert. Mann ist der behindert. Teamknechtunge. Nur werde ich hier gerade richtig geknechtet von dem Scheißbaum. Es ist ein elendiger Boss. Wirklich elendig. Ey. Kommt überhaupt auf so eine Wer kommt überhaupt auf so eine Idee So was zu machen Ist man ungelogen Ist ja schlimmer als Freddy Krüger Und Jason zusammen Na egal Wir probieren es gleich Es ist Unglaublich Dieses Permanente Versagen dem einen Gegner Bietet doch Abwechslung Totale Abwechslung So abwechslungsreich Dass ich jedes Mal neue Arten herausfinde Wie ich in die Scheißschlucht falle Entweder weil ich da reinlaufe Yes Mach keinen Scheiß Mach keinen Scheiß Nein, nein, nein Halt dich ein Yes Du Bastard Erhol dich schnell Yes Was machst du jetzt Jetzt hat jetzt seine zweite Hand rausgeholt Warum brennt es hier über Ich sehe nichts Ich sehe nichts Verpiss dich Nein, 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 nein Warte auf Verpiss dich, Alter Ich habe keinen Bock Nochmal in deine Nähe Was? Was? Es ist doch Es ist doch Was für ein mieser Gegner Ey Und ich habe mich so gefreut Da durchzukommen Und dann sterbe ich schon wieder An derselben Stelle Zieh die Rüstung an Das schützt dich vor Schaden Sagt der Mann Oh Mann Oh Mann Muss ich nochmal Muss ich nochmal gegen ihn kämpfen Hey Bett auf Chaos Okay 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 Diesmal bist du down, Alter Keine Ahnung, was ich machen soll Aber ich werde mir schon Aber ich werde mir schon irgendwas einfallen lassen Na los Knechtjunge Teil gehen, wo der Hammer hängt Ist mich verarschen Oh, da ist ein Weg Mal schön geradeaus Ernsthaft Nein Mach keinen Scheiß Roll Roll Trink, trink Ja, ist gut Mach alles kaputt Ich wusste doch Der macht wieder Oh, nichts passiert Ah, da ist was Ist das dein Scheiß Kern? Ist das dein Scheiß Kern? Du Mieser Penner Das Stück Scheiße Hat mich fort gemacht Was habe ich denn bekommen? Ey, unglaublich Ein bisschen mehr HP Und das increased Mit völlig Untertitel